Die SZ hat sich zu etwas geäußert und die Geschichte kennt ihr höchstwahrscheinlich. Unsere Freunde von Fridays for Futures, äh, for Future, Entschuldigung, ich mach mich mal über Leute lustig, die das so sagen, deswegen. Naja, ich meine, nach der Theorie der Paralleluniversen hast du ja recht, ne, das sind ja mehrere Zukunfts. Futures, aber mit A irgendwie geschrieben, Future. Und, ähm, die haben sich mal wieder durch einen lupenreinen Rassismus hervorgetan, den sie gar nicht kapiert hatten, dass es einer war. Und, ähm, das ist ja auch eigentlich keiner Meldung wert, aber gut, ich will es trotzdem mal kurz nochmal sagen für alle Leute, für die, alle drei im Chat, die es nicht mitbekommen haben und auf YouTube, äh, die Dame, die Aktivistin, ähm, haben, also, die netten Damen und Jungen, würde ich eher mal sagen, weil von Herren kann hier keine Rede sein, ähm, Aktivisten haben es einer Dreadlock tragenden von ihnen selbst hervorgehobenen weißen Musikerin untersagt, bei ihnen aufzutreten, weil sie die falsche Hautfarbe für ihre Frisur hat. Ähm, ja, wie die das nicht als Rassismus ansehen können, ist okay, wie die Sängerin das nicht als Rassismus ansehen kann, äh, wundert mich auch ein bisschen, aber gut, hey, immerhin haben sie sich ein bisschen von der Empörungskultur, ähm, entfernt, wobei das tatsächlich empörenswert ist, zu sagen, hey, nein, Entschuldigung, du hast leider die falsche Hautfarbe zum Auftreten. Ähm, ja, ärgerlich, ähm, ähm, was sie durch die Blume ja auch sagen, ne, was sie durch die Blume sagen, du hast die falsche Hautfarbe für die Frisur. Ja, also Frau Malzahn, die Lehrerin von Jim Knopf darf leider nicht auftreten. Ähm, Frau Malzahn, gute Frau damals, Diskriminierung gegen Drachen, so, ähm, Transspezies. Genau, krass. Ich habe tatsächlich, bevor du damit anfängst, ähm, habe ich tatsächlich auch noch, äh, vergangene Woche oder so, habe ich das bei Telegram geteilt, äh, selbst die Antifa geht nicht mit dem konform, was Fridays for Future da gemacht hat. Ich habe, ähm, so ein, ein, ein Beitrag davon halt geteilt, das war halt so ein Reel, so mit so sieben, mit so sieben Bildern. Das ist, glaube ich, die Antifa Essen gewesen oder so. Schlag mich tot, weiß ich nicht, ne? Könnte mich nicht drauf festbinden. Was willst du die Antifa essen? Entschuldigung, ja. Jedenfalls, ähm, haben die, ähm, gesagt, das ist sexistisch, weil man ja bevormund einer Frau gegenüber ihr sagt, wie sie sich zu kleiden hat oder wie sie auszusehen hat, sich zu frisieren hat und das sei ein Problem. Wir haben auch nicht gemerkt, dass es rassistisch ist. Und, nein, nein, selbst sie sagen, das ist nicht rassistisch, das ist kulturelle Aneignung, bla bla bla, äh, Kolonialgeschichte, bla bla bla, Ja, aber, Leute, es ist doch ein Zeichen für Multikulturalismus und für Toleranz, wenn man von anderen Kulturen solche Merkmale annimmt und die sich zu eigen macht. Das ist doch schön. Ja, aber dann können wir uns doch über nichts mehr aufregen. Was wäre das? Ja, aber guck mal, selbst die Antifa, das sind Linksextreme, selbst die sagen, Leute, ihr treibt's ein bisschen zu weit. Ja, pass auf. Wollte ich nur grad bringen. Und die Süddeutsche findet das Ganze natürlich gut, ja. Die Süddeutsche Titel... Die Süddeutsche ist extremer als die Antifa. Ja, also... Nee, 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 die Süddeutsche, also... Ja, tatsächlich, doch. Also, die Süddeutsche spricht, äh... Also, sie findet's nicht wirklich gut, aber eigentlich schon, so ungefähr, ja. Ähm, sie spricht von, äh, Hiltz gegen die Unterdrückung. Ähm, und damit ist die Süddeutsche FFF, äh, ich sag's einfach mal so, weil ich hasse es, das auszusprechen, ähm, helfend zur Seite gesprungen, ja. Es gibt so einen Teil davon, da wird gesagt, ähm, dass es ja gerechtfertigt sei, da ehemalige Dreadlock-Träger, also, das ist das erste Argument, ehemalige Dreadlock-Träger, wie Justin Bieber oder Miley Cyrus, haben ja auch einen Shitstorm kassiert. Ja, das ist also... Und wenn die einen Shitstorm kassiert haben, dann ist ja völlig klar, dass man das dann noch mal machen kann, ja. Logisch. Ähm, sie sagen auch, dass es ja bereits ähnliche Debatten gab. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass es okay ist, ja. Es gab ähnliche Debatten wegen Federschmuck, Kimonos, Cornrows, Kreolenohrring und fucking twerken. Ah! Alter, wie, ähm, also mit seinem fetten Arsch wackeln ist, äh, anscheinend auch kulturelle Anerignung oder was? Ja, also, ich find's, ich find's erstaunlich, ja, das, das... Was, was, was hat das damit zu tun? So, ja, es gab schon mal, die Leute haben sich schon mal drüber aufgeregt. Ja, und? Was hat das damit zu tun, ob's gerechtfertigt ist? Oh, ja, ähm, Mord ist auch schon ziemlich oft passiert. Und? Macht's das besser? Okay. Ja, also, ich bitte nicht. Aber, ja, und vor allem, dann kommen sie mit twerken. Also, mit fucking twerken, ernsthaft? Also, ich hoffe, ich spreche da, ich, 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 ich habe da recht, ja. Ich glaube, dass die meisten schwarzen Menschen sehr, sehr glücklich wären, wenn andere Menschen mit twerken assoziiert würden und nicht sie. Ganz ehrlich, für mich ist das so, wenn ich mit twerken assoziiert werde, dann so, ah, lieber nicht, bitte nicht. Das ist wirklich eine der, 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 der stumpfesten. Das ist so, hey, äh, meine Tanzform ist, äh, Arschwackeln und, aber nicht nur, nicht so wie Bauchtanz, sondern einfach wirklich nur so, hey, das ist so ungefähr, als würde ich, äh, ficken, nur ohne Schwanz. So, okay. Das ist halt auch. Das ist, das ist tolle Kultur, so. Ja, das, da wäre ich stolz drauf. Das ist komisch. Ich muss da nämlich immer an, äh, Cuties denken. Ne, diesen, äh, unglaublich widerlichen Filmen, wo ja Minderjährige, ähm, da am twerken sind, äh, in diesem Film. Und, äh, Deppi, das war ja eine Netflix-Produktion, ne? Das ist ja eigentlich so, wow. Die waren aber auch nicht alle schwarz. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist auch cultural appropriation. Ähm, ja. Ne, und es ist halt wirklich so, die Assoziation des twerkens mit schwarzen ist ungefähr so schmeichelhaft wie die Assoziation der Deutschen mit Sandalen, mit Socken und thailändischem Sextourismus. Ähm, aber ja, schön, dass die Süddeutsche auf diesen Zug mit aufbringt. Immerhin, wie gesagt, ein deutsches Leitmedium. Und, ähm. Mit einem Z. Ja, eigentlich theoretisch fast zwei, war S und Z. Das ist so die Abkürzung, S, Z, so mhm, mhm. Ganz schwierig, ganz schwierig, meine russischen Freunde. Ja, wenn du einen Spiegel an das S dranlegst, ist es ja auch ein Z, ne? Ja, 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 ja. Waffens-S-Z. So, jedenfalls danach, kurzes Zitat, ja. Denn auch wie, äh, Entschuldigung. Denn auch, wenn sie heute oft rein modisch betrachtet werden, die Geschichte der Dreadlocks ist politisch. Aha. Ähm, es ist also ein politisches Symbol. Mhm. Weiter heißt es, dass die Dreadlocks und, äh, Entschuldigung, dass die Dreadlocks ein Ausdruck der Abgrenzung schwarzer Menschen in Jamaika zu den britischen Kolonialherren waren. Ah ja, okay, daher kommt das also zur Abgrenzung. So, das, das ist so ein Zeichen, dass wir anders sind. Ähm, kleiner, interessanter Seitensprung, würde ich mal sagen, so. Hey, ähm, die Dreadlocks sind also ein politisches Zeichen. Also, Kopfschmuck in diesem Sinne ist ein politisches Zeichen für etwas. Ähm, und deswegen sollte es auch als solches behandelt werden, ist die Aussage der Süddeutschen Zeitung. Behalte das im Kopf. Ähm, ich zeige euch mal jetzt hier das hier einfach mal. Das ist eine Aussage aus einem Süddeutschen Zeitungsartikel von 2016, in dem es darum geht, ob Niqab und Burka, ähm, verboten sein sollten. Und da wird gesagt, ja, ich, äh, Moment, das muss ich mal ganz kurz hoch. Äh, man fragt, ist die Frau dem Mann? Gleichwertig und ebenbürtig? Ja, das ist sie. Also nein zu Burka oder Niqab. Das passen bestenfalls, die passen bestenfalls zum Taliban-Afghanistan. Und das Bundesverfassungsgericht wird sich wohl nicht an den Maßstäben der Dorfältesten von Kanada-Haar, Kanada-Haar, Entschuldigung, orientieren. Aha, Süddeutsche 2016. Ähm, oh, was hat sich denn da verändert? So nicht, warte, 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 also man muss jetzt daraus schließen, es wird nicht direkt gesagt, aber wenn Niqab und Burka nicht okay sind, das heißt, Hijab ist okay. Ähm, weil Hijab ist ja kein politisches Zeichen. Ähm, nee. Moment mal. Dreadlocks schon, Nika, äh, Hijab nicht. Äh, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Ähm. Also eine Verhüllung von einer, äh, ja, von einer Religion. Dreadlocks sind absolut politisch und gehören nicht auf weiße Köpfe. Ähm, aber das Zeichendeutung der Drückung der Frau im Islam ist nicht politisch und gehört deshalb auf Beamtenköpfe. Äh, warte mal. Finde ich cool, weil ja eigentlich der, ja, ich mach mir die Welt. Ja, ist halt echt so, ne, weil, weil der Niqab ist doch eigentlich, äh, vom politischen Islam ausgehend, der ja auch eine Gesetzesgrundlage schafft in vielen Ländern. Hijab ist das Kopf, Hijab ist, äh, die Volkern. Nur Augenschlutz und Burka ist mit Netz vom Augenschlutz. Ah, ja. Ja, soviel zur Weiblichkeit, ne? Ja, genau. Könnte auch ich tragen. Würde ich nicht merken.